Moin, hier ist Dennis Friese vom Reichstedt SC und heute stelle ich euch meine Top 3 Mitspieler vor. Einmal auf Platz 1 ist David Berweke aka Lionel Messi Hamburgs. Superschnell, kollegial und vor allem herzlich und menschlich. Auf Platz 2 für mich der beste Stürmer Hamburgs, Ono Thüsüs. Auch feilschnell jetzt gewechselt zu Klub Kosova. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg, dass du dich da durchsetzt. Und Top 3, Danny Kase, mit dem ich bei Voran Uhr zusammengespielt habe. Auch menschlich, super Techniker und ich wünsche dir auch alles, alles Gute und einen richtig guten Lauf. Epic TV.